In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Arbeitsplatz sowie Ihre Utensilien nach dem Gebrauch von Ardresen reinigen können. Wischen Sie Ihre Utensilien sofort nach dem Gebrauch mit einem Küchentuch ab. Beschprühen Sie diese mit Spiritus und wischen Sie diese erneut mit einem Küchentuch ab. Falls nötig, waschen Sie Ihre Hände unverzüglich mit Wasser und Seife. Falls Sie die Unterseite Ihres Kunstwerks abgedeckt haben, können Sie das Abdeckband ganz vorsichtig nach 24 Stunden wieder entfernen. Und voilà! Betrachten Sie Ihr wundervolles Kunstwerk!